Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. Juuu. Wartet. Hin und Her Hügel oder... Wipp-Pilz-Rodeo. Das nehmen wir. Irgendwie sieht der Pilz hässlich aus. Das Hässliche wollen wir natürlich zuerst machen, damit wir es hinter uns haben. Obwohl das Thema klingt hier irgendwie cooler. Aber hier sind wieder Fuzzis. Uah, achso. Das wippt mit mir. Okay. Ich will... Obwohl war das so schlau, ich bin mir nicht so sicher. So. Ein Yoshi! Ein Yoshi! Lecker. Achso. Okay, hier brauchen wir auch gleich ein Yoshi. Wuhu. Okay, aber Moment. Das wollen wir auch noch. Nicht, dass da irgendwas versteckt ist, aber... Naja. Kann. Okay. Friss, friss. So. Ist hier oben was? Nö. Okay. Kann man die großen Dinge essen? Ja. Iiii. Paragumbas. Paragumbas. Stipp. Nein. Nicht du. Nicht du, Yoshi. Du sollst nicht sterben. Ähm. Ähm, so. Ähm, so. Ähm. Ja gut. Eigentlich kann man normalerweise nicht in die... Ja, ich würde sagen, spuck's aus. Ich hab ihn schon längst befohlen, auszuspucken. So, mal schauen. Egal. Mal schauen, ob wir... schon. Oh, ne Eisblume war da drin. Cool. Okay, die wippen nicht, aber da... Oh nein. Einfach mal ins Loch springen, ey. Hm. Bleib ruhig locken und das Ziel wird dich leiten. Okay. Ihr mit euren Ratschlägen, ey. Also ihr Leute da draußen. Ach nö, jetzt hab ich ja gar nichts mehr. Oh, das ist bestimmt so ein Level, wo man bis zum Ende einen Kakayashi behalten muss. Weil man sonst... ähm, was nicht kriegt. Alter. Ah, egal. Oh, oder man hat einfach so... Anayashi und kann den Essen... Nicht das Geld. Den da. Und man kann hier hoch, weil hier etwas ist. Aha. Weil da Münzen sind, das war auffällig. Okay, Fuzzis. Zum Glück gibt's hier noch einen Yoshi, das ist nett. So, aber ich muss drauf achten. Hilfe. Dass es auch verschwinden kann, natürlich. Oh Gott, das ist ja so ein Pilz. Ah, und der bewirft alles. Okay. Pilz. Hm, hm. Moment, auf die kann man noch drauf springen, oder? Mit Yoshi? Soll ich's probieren? Oh Gott. Ja, hier kommt man wahrscheinlich nur raus. Ich könnte auch Yoshi opfern und dann... Ja gut, aber... Nein. Ich kann nicht rechtzeitig drücken. Nein, das geht nicht. Tschüss, Yoshi, mir ist scheißegal, ey. Hauptsache da ist die Koine und wahrscheinlich ist da gar keiner. Oder man braucht Yoshi dafür. Nein. Das haben sie doch mit Absicht gemacht. Wie gemein. Oder? Äh, ich hab sie bekommen. Wie hab ich das gemacht? Ich hab nicht hingeguckt. Egal, ich hab sie. Das ist mir jetzt... Alles mir egal, ey. Kack, Yoshi, ey. Blum, blum. So, zack. Da kommt einer. Und hier ist das Ziel. Okay. Voll schlecht. 100 Punkte. Na ja. Oh. Was war das für eine Schnapszahl? Oh, eine Kiste. Danke für deine Hilfe. Oh, das ist nett. Ich glaub, ich hab nur noch eine Blume und sonst nur Sterne und komische P-Dinger und... Ja. Nichts Richtiges mehr. Nein, was heißt nichts Richtiges? Es gibt nichts Richtiges. Aber das, was am coolsten ist, bekommt man irgendwie am meisten. Aber ich weiß auch nicht. So, schließen wir das hier ab. Oh, nee. Doch, Eisblume ist vielleicht nicht schlecht. Eisblume. Okay. Das wär's schon mal. Ich glaub, du vielleicht bist die Nummer mal zwei, aber einmal würde auch schon reichen. Hauptsache, ihr springt nicht runter, dass ihr alles durcheinander bringt, aber nee. Ihr seid lieb. Liebe Joshis. So. Okay, mal eins. Aber egal. Hauptsache, Eisblume. Wahrscheinlich haben wir eh nicht genug Platz für alles. Für zwei. Oder so. Oder gerade so, glaub ich, ne? Ja. Na ja. Egal. Ich benutze sie eh nicht. Nicht so wirklich. Und wenn ich sie benutze, dann nur unter dem Vorwand, dass ich sie mal verschwenden sollte. So, jetzt zum Hin- und Herhügel. Das klingt auch interessant. Aber bis jetzt sind die gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Also dieses eine mit den... Nein, nein, nein. Okay. Eisblume. Ich wollte... Okay, das ist ja... Einfacher als gedacht. Ich dachte jetzt, die erreicht man irgendwie schwieriger, dass man noch mehr ausweichen muss oder so. Noch ne Blume. Okay, das war doof. Und das sollte ich mal beachten hier. Denn hier sind Münzen. Ich weiß nicht warum. Okay, nur so. Wow, für Applaus. So. Okay. Und da kann man bestimmt mit ner Kugel-Willi-Treppe hoch, die ich verkackt hab. Oder einfach hier vielleicht... Moment. Okay. Wow. Ach, da muss man hoch. Ach, so ist das. Okay. Ich wusste es. Ich wusste, dass er genau dann schießt, wenn ich da bin. Ich glaube, hier ist was. Okay. Hier ist auch was. Okay. Wow. Das sieht kompliziert aus. So. Ich wollte gerade sagen, wie soll man denn wieder zurück... Oh, da ist ja... Oh, was zum Zurück... Oh Gott. Nein. Nein. Boah. Nein. Scheiße. Das war doof. Och nö. Voll schwer. Okay. Aber wir kriegen wieder unsere Eisblume gleich. Das ist natürlich schön. Die holen wir uns, glaube ich, auch zuerst. Damit wir auch... Ja, sterben. Zwischendurch. Und so. Nein, okay. Ah. Ah. Was habe ich gesagt? So, eins. Ja, ich beeil mich. Zack. Ah, verdammt. Ich sollte aber trotzdem auf das Timing achten. Das sollten wir echt nehmen, vielleicht. Oh. Wow, eine Eisblume. Cool. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich eine Eisblume daraus kriege. So. Zack. Ich kann sie einführen. Plattform in der Luft. Gut. So, hier war die Röhre. Danke. Auch und ich kann dran denken, dass ich die Dinger einfrieren kann. Oder so töten kann. Okay. Doch, das war ganz gut. So. 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 Okay. So schwer war es nämlich nicht. Ich glaube, ein Controller ist voll laut durch die Decke. Keine Ahnung. So. Das war die zweite Münze. Gut. Und hier ist ein Checkpoint. Und noch eine Eisblume. Weil wir sie sogar nicht benötigen. Ah, ich sehe das. Ich sehe das, Mann. Okay, und was ist hier? Äh. Was? Warum? Hä? Hm. Hm. Okay. Okay. Ich ignoriere es jetzt einfach mal. So, ich muss jetzt weiter hoch. Ich gucke mal, was hier so ist. Vielleicht habe ich was verpasst. Ja. Okay. Ach, dann brauche ich wahrscheinlich die Kugel, Willi, um hier rauf zu kommen, aber wo ich auch so rauf kann. Aber egal. Nein, jetzt habe ich es geworfen. Nein. Jetzt habe ich es geworfen. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, man hätte auch gar nicht rechtzeitig hochgekonnt oder so. Oh, den habe ich jetzt nicht beachtet. Und das war's. Okay. Eigentlich sollte ich mich jetzt töten. Nein. Mist. Das war keine Absicht. Nein. Ein Strich. Vorsicht, so schwer. Ich hasse Kugel, Willis. Lieber Bowser. Wieso schreibt hier da jemand immer irgendwie an Bowser einen Brief? Der liest das nicht. Den gibt es gar nicht. So. Yeah. Pilz. Pilz-Time. So, dann zack. Ah, Scharkalaka. Ach ja. Nee, wobei, das brauchte man ja gar nicht. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht nur, um dem da auszuweichen, aber so schwer ist der doch gar nicht. Ach, keine Ahnung. So. Dann versuche ich mal, das nicht sofort zu werfen. Aber ich versuche mal, die hier zu töten. Der hat den noch erwischt sogar. So, okay. Dann versuche ich, ein bisschen schneller zu sein oder so. Ach, was soll's? Zack. Ach, ich bin sowieso schneller. Ach, scheiße. Eigentlich war das Timing von eben ganz gut. Wurden so Level hoch 10. Alter, ey. Nicht solche Wörter. Da ist Mopsi. Wir haben noch kein Level geschafft, oder? Doch, das andere da. Ups. Na schön, nochmal. Ich könnte auch einfach ein P nehmen und da hinfliegen. Das wäre Schummeln, aber das wäre Schummeln. Das machen wir nicht. So. Ja, jetzt gehen wir einfach mal hier oben lang. Das geht sogar schneller, habe ich das Gefühl. So. Oh. Ist ja egal, wir schaffen das eh. Von der Zeit her. Ich muss nur rechtzeitig da springen. Nein. Ach da, komm, ey. Ja. Ja. Oh oh. Ah, scheiße. Alter, er dreht einfach um, der Arsch. So. Okay, das war's. Ach, 244. Ist das wieder eine Schnapszahn? Ja, super. Hey. Oh, eine Feuerblume, wow. Jetzt sollten wir wieder langsam unsere Items verbrauchen. Ich würde schon missbrauchen sagen, Alter. Naja. Weil wir alles voll haben. Und irgendwie. Ach ja, wir können ja jetzt einen Stern nehmen. So. Äh, Inventar, Stern. Zack. Bald gehen uns die Sterne aus. Oh nein. Wipp-Pilz-Rodeo. Ich weiß nicht mehr, wie das aussah. Ach ja, das war nur mit dem Pilzen. Okay. Ich glaube, das kriegt man hin. Ziemlich schnell. Weil immer wenn es relativ gerade Strecken gibt, dann ist das sehr easy mit dem Stern. Also mehr oder weniger gerade natürlich. Ach nee. Haben wir die Fahne nicht genommen? Wieso ist die noch Bowser? Oder ist das einfach so? Hä? Gibt es ein Secret Exit hier? Du hast Mobsi in jeder Welt erwischt. Herzlichen Glückwunsch. Ach schön. Jetzt müssen wir wieder ein Item nehmen. Und hier ist Carmix Schieb-Schieb-Schieb-Schieb-Turm. Das schaffen wir dann vielleicht noch. Ähm. Ich nehm nichts. Erstmal. Schieb-Schieb-Turm. Schieb-Schieb. So. So. Den Pilzen nehme ich gerne. Ah super ey. Arsch. Fies, fies. So. Sieht auf jeden Fall sehr kompliziert aus. Und nein, es sieht sehr Feuerbruder-mäßig aus. Ich hab das Gefühl, man kann hier durch die Wand, weil die auch durch die Wand können, aber vielleicht ist es doch nicht so, wie es aussieht. So. Oh, da ist eine versteckte Mönchchen. Damit man ihn platt machen kann, Mann. Ähm. Ich bin... Wie? Hm. Huch. Der schiebt mich einfach mit. So, den wollte ich. Einen Stern? Ach nö. Ich hab keine Lust, dass man hier einen Stern braucht zum Schluss oder so. Aber, naja, war schon. Vor allem mit dem Stern beeilt man sich so, dass man einfach... ... alles verpasst. Alles auf der Welt verpasst. Da oben, da oben, da oben. Nicht. Ah. Na schön, dann nicht da oben. So, hier unten vielleicht. Hier. Wir haben noch keine einzige Münze. Das beunruhigt mich. Oh mein Gott, das zerquetscht mich. Da rechts, da rechts kann man rein. Oh. Die Zeichnung hab ich nicht gerafft, aber naja. So. Hier war nichts, ne? Oder doch, doch, da war ein Pilz. Mist. Egal. Besser so, als dann nochmal getroffen zu werden. Zack. So. Das ist ganz sinnvoll, wenn man das macht. Das war nicht so sinnvoll. Scheiße. Ach, verdammt. Ach, Mann. Ich schaff's nicht. Und jetzt hab ich den Stern auch noch verkackt. Ach, der ist weg. Der ist eindeutig weg. So. Schauen wir mal. Dann holen wir uns jetzt den Pilz hier. So. So, boah. Alter, das war gemein. Das war gemein. Dann schauen wir mal hier. Hier waren wir auch noch gar nicht. Okay. So. Dann. Da rechts war ja nichts. Dann können wir hier oben rechts mal gucken, wo ich zerquetscht wurde. Und ich werde wieder zerquetscht. Nein, doch nicht. Nein. Timing. Timing. Man braucht Timing. Oh Gott. Und da war wieder ein Hammerbruder, Feuerbruder, was auch immer. Ein verrückter, der mit Feuer spielt. Ja, war klar. Wenn man noch so unvorsichtig ist. Wieso? Banane. Was zur Hölle. Schieb, schieb, Tur. Gut, dann versuche ich mal, den Pilz einzusammeln. Wow. Oh Gott. So. Ah. So, jetzt aber. Gut, das hätten wir. Kriegen wir vielleicht sogar so eine Blume, wenn ich es schaffe, hier auch auszuweichen. Okay. Ah, ich hasse diese Dinger. Nein, okay, ich hasse sie nicht. Ich hasse nichts. Nichts wirklich. Ich glaube ich. Nein, manchmal. Aber das kommt einem dann nur so vor. Manchmal denkt man, man hasst was, aber dann tut man es eigentlich gar nicht. So. Verdammt. Also den würde ich schon gerne töten, sofern es geht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Stern will. Ich will den, glaube ich, einfach gar nicht. Alter, ich bin nicht gesprungen. Egal. Immerhin sind hier keine Gegner, die auf mich warten und töten wollen. Ich finde, ich finde es eine coole Blume. Okay, das ist auch gut. Hätte nicht gedacht, dass es in dem Schloss wirklich mal das Flugitem gibt. Na klar. Einfach hoch. Oder so. So. Verkackt, ey. Voll verkackt. Voll verkackt, 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 verkackt. Verkackt. Na, das war doof. Das war noch dover, Mann. So. Wieso? Wieso? So und so. So schwer ist es nicht. So schwer ist es nicht. Und den kann man jetzt auch töten. Doch. So. Gibt es hier was? Nee. Aber hier gibt es was nicht. Hier gibt es nichts. Was ist... Was ist das denn? Was ist das denn? So. Okay. Äh, wir haben immer noch keine... Also nur eine Münze jetzt. Ist doch... Oh, verdammt. Es ist bestimmt eh die dritte, ey. Ach, jetzt erst der Checkpoint. Dann ist es vielleicht doch erst die erste gewesen. Oder die zweite kann auch sein. Äh, ich schaue ein bisschen auf die Umgebung, um zu gucken, ob ich hier irgendwas... Ich sterbe. Nein, doch nicht. Äh, verpasse. Da unten kann man an dieses... Nein. Aber... Hier könnte jetzt was an der Wand sein, oder? Hier darf doch jetzt was an der Wand sein. Nein, immer noch nicht. Wofür ist es denn da? So. Fahrstuhl. So. Okay, da ist was Auffälliges. Vielleicht ist es aber einfach nur ein Hammerbruder. Ähm, oder ein Feuerbruder, oder was auch immer jetzt. Oh, die Plattformen sind auch fies. Die verschieben sich so, dass es gerade ungünstig ist. Ich habe das Gefühl, ich muss hier gleich noch alles holen. Oh, Mann. Geht der Kammern durch? Ist gerade so. Aha. Oh, nichts. So. Oh, eine Röhre. Endlich mal irgendwas. Und ich hoffe, es ist die zweite, wenn ihr eine Coin... Ja, da ist eine zweite... Äh, eine Coin, aber... Ne, ein Wandsprung ist zu... Muss man hier mit dem Dings kommen? Ach, Mann, ey. Kann man hier mit dem Wandsprung ran? Ich weiß es nicht. Oder braucht man hier eigentlich das Flugitem? Das Flugitem. Ich glaube, man braucht das Flugitem. Vielleicht kriegen wir es gleich noch und dann gehören wir nochmal hierher. Die eine einzelne Münze. Äh, so. Ach, hier kann man gar keinen Wandsprung machen. Schade. Der wollte gerade wieder aufstehen. Das war doof. Jetzt werde ich auf jeden Fall kein Flugitem kriegen. Oh, hier ist extra so ein abgeschlossener Abschnitt. Das ist doch gemein immer. Ja, zack. Oh. Boah, fett. Okay. Ist das jetzt die Röhre, wo man rauskommt? Nee. Okay. Okay, hier kann man hoch. Und dann hier. Nein, zack, quetsch. Zack, quetsch. Nein. Nein. Wohin? Ich bin gerade... Ach, da. Okay. Ja, die dritte. Okay, wir haben eh alle gesehen. Wir haben alle gesehen und wir wissen, zwei davon müssen wir mit dem Item da holen. Mit dem Flugitem. So. Das war geschenkt. Deswegen nehme ich es auch mit. Und wir sind schon über der Zeit. Na, 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 na. Oh, und wir sind auch unter Zeitdruck. Das ist auch nochmal Sache. Ne, Sache. Hey, wir sind überall wie Bowser Junior-Ding-Abbilder. Sag ich mal. Der Boden gefällt mir, das Design. Oh. Ich glaube, sie macht die lebendig, kann das sein. Okay. Achso, dann kommen wenigstens andere Plattformen. Das ist nett. Ich dachte, der Boden verschwindet dann komplett, aber... Das könnte vielleicht zu fies sein. Mist. Bam. So. Einfach die ganze Zeit springen, dann passt das. Oh. So. Sie teleportiert sich dreimal. Aber egal, wenn man sie vorher erwischt, ist es auch okay. Cool. Aber wir müssen sie eh nochmal besiegen. Wenn es blöd läuft, läuft sogar zweimal oder dreimal oder viermal, nein. Okay. Das Gute ist, die erste Coin war kurz vorm Checkpoint und die zweite Coin war halt nach dem Checkpoint. Und das heißt, ich weiß nicht, wenn man es verkackt, dann hat man Pech. Mopsi. Och, Mopsi. Warte, Mopsi in jeder Welt fehlen uns nicht noch ein paar Welten. Also jetzt diese und die nächste. Egal. Dann gibt es wohl in der nächsten Welt keinen Mopsi. Aber ich würde sagen... Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen, wir beenden erst mal den Part einfach. Und im nächsten Part werden wir dann das Geisterhaus und das hier schaffen. Hoffentlich. Aber es geht mir schon hin. Aber jetzt gehe ich einfach hin. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.